Es geht ab jetzt wieder mal euer RIP Luffy. Heute zocken wir Adastich RIP mit mein Kollege CA7 YouTube. Also da ist pleite mit den Abonnenten, da haben wir vier Abonnenten. Leute, checkt mich ab, Leute. Abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da, wenn ihr mehr Videos von RIP Luffy seht. Und dass ich immer dabei sein. Und wir laufen nicht so weiter. Danach legen wir los. Ja, also checkt, wie ihr ja gehört habt, checkt bei CA7 YouTube rein. Also sein richtiger YouTube-Kanal heißt ja Ronaldo mit R groß. Ja, und abonniert mich auch noch. Leute, ihr könnt mir das mal verpassen und wir gehen auch direkt rein. Also Adastich RIP haben wir viele Leute. Ich habe mal auf TikTok, also Finji hat mir das auch für TikTok gezeigt. Das ist ein voll gelustiges und krasses Game ist. Also Leute. Sein leid, Junge Finji. Hey, halt den Fressen. Alter, ich fress uns. Oder so, oder? Leute. Ja, okay, du weißt. Leute, wenn ihr das mit. Leute, bald mach ich einen Song rein. Junge, machst du gar nicht, ich lüge nicht. Okay, Spaß. Ey, guck mal. Du weißt, YouTube. Mach die Tür. Was? Sch, sch, sch. Mach die Tür auf. Okay, Leute, ich muss kurz leid sein. Ich bin gleich wieder weg. Leute, okay, ich bin wieder weg. Okay. Okay, CA7 YouTube. Mach mal ehrlich die Tür auf. Tür auf. CA7. Okay, CA7. Mach auf. Mach auf, Junge. Okay, dann mach ich halt auf. Mach du halt auf. CoCo. 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 Und Leute, wenn ihr das seht. Ja, okay. Dann hört ihr einen drauf. Ich hoffe das. Wenn ihr unsere Freunde sein wollt, dann schreibt bitte unseren Namen, dass ihr... Nein, schreibt einfach meinen Namen. Dann könnt ihr auch direkt CA7 machen, wenn er online ist. Ja. Weil ihr geht einfach auf, ja, halt auf meine Freunde. Also wenn ihr mich sucht, geht auf meine Freunde und dies und das. Einfach auf meine Freunde ansehen. Wie viele... Und Leute, in Asien... Leute. Was für Freunde und so hab. Und dann findet ihr CA7, schickt ihn in den Freund zu erfahren. Dann wird sie irgendwann später vielleicht annehmen. Ich hab keine Ahnung. Äh, Leute. Wenn ihr das seht. Wenn ihr immer bei Brollsdass kommt, kommt bitte bei Brollsdass. Juhu, seid leise einfach. Wir müssen uns jetzt konzentrieren, was jetzt. Also Leute. Die Aufgabe hier ist, ähm, der Game. Und tanken. Warte mal, Leute. Okay, Leute. Ich bin zurück. Also unser Ziel ist es, dass ein Auto aufzubauen, dann fahren wir hier, also da lang, so einen weiten Weg lang, suchen nach Öl, dann suchen wir nach so Tank, also Öl, also Tank, hä? Also da suchen wir in verschiedenen Häuser an, dat hier, warte mal. Digga, ich will nicht mehr... Leute, es ist 0 Uhr 39. Halt deine Frisse, Junge. Leute, es ist 0 Uhr 40. Halt deine Frisse, halt deine Frisse. Digga, sag dir mal, wie viel Ruhe wir haben. Nö. Kein Bock. Leute, ignoriert alles, was ihr gesagt habt. Aber ich hab eine wichtige Frage. Scheiße, ist so geil. Was? Warte mal, Leute. Sag dich, was ist... Wo ist die Gaskanne? Was? Wo ist mein Gas? Gas? Ich hab mich gesehen, aber ich nimm bitte diesen... Nein, nimm das nicht mit, das brauchen wir gar nicht. Was denn? Das ist so unnützlich. Digga, ich nimm Brot. Wird das fast... Du hast mich selber auch ein Video gestartet. Ich hab schon mal gestartet. Ich könnte... Ja, aber hier, jetzt. Soll ich jetzt machen? Ja, du hättest... Du machen sollst. Boah, ich scheiß drauf jetzt. Machen wir das nächste Mal. Oder morgen. Hä? Äh, heute mal. Wo, 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 legst du die Gaskanne hier rein? Was? Ich such die. Welche? Die Gaskanne, die rote. Die rote Gaskanne? Ja. Wo ist die rote Gaskanne? Das ist Catman einfach. Ich muss gleich schlafen. Äh, Leute, Leute, wir haben nicht so viel Zeit, okay? Sorry nochmal. Aber morgen machen wir... Äh, äh, äh... Dann machen wir nochmal ein Video. Ein richtiges. Ja. Aber... Vielleicht schaffen wir jetzt heute nicht ein ganzes Video. Ja, in 18 Uhr. Nein, nicht in 18 Uhr. Wie viel Uhr dann? Junge. So 15 Uhr. Nein, wir starten das 13 Uhr das Video und dann 15 Uhr... Nein, wir essen ja. Was, wir essen? Ach so. Leute... Halt einfach den Fressen. Leute, schreibt einfach alle Hashtag Rook Lufi und Hashtag C Ronaldo. Was ist Hashtag? Ja, Hashtag, Digga. Sag einfach leiser. Ich rede nicht. Leute, ich bin der King. Wo du leerst? Ich hol den Burger, okay? Ganz oben, okay? Soll ich? Ja, mach's. Warum machen wir nicht die Wann, Wien, Wann? Kein Bock jetzt auf die Wann. Wo ist Papa, die Tafel, ah, hier. Burger, Brot, auf die Eich, mach die Mail. Leute, wer kennt den Song? Leute, schreibt in die Kommentare, wer hat den Song kennt. Wer kennt die Takis und Prime Song? Ich muss ihn lassen. Wo ist das gerade mit der Takis und Prime Song? Aber bei jetzt kann ich was sagen. Thierry. Das ist ganz wichtig jetzt. Nö. Burger, Pommes auf die Eis. Pommes, Burger, all die Bubbes rein. Ba-da-da-da. Okay, wie viel Öl ist die von? Wett neun. Oder acht. Was denn? Öl. Oder Gas. Was ist denn das für Öl? Was ist denn das für Öl? Öl. Was ist denn das für Öl? Leute, wenn das sieht, Leute aber, keiner verraten, nicht meine Mama sagen, okay? Halt deine Frisse! Ich schreie nicht. Lass ihn. Warte mal, Leute, ich bin gleich weg. Ich kicke dich aus dem ganzen Video, damit du nie wieder mitmachst. Weißt du, wie morgen unsere Beide machen? Ich schwör, ich mache mit morgen wieder so. Oder heute oder morgen wieder so. Mace, wir machen nie wieder ein Video mit dir. Okay. Weil immer so scheißbar ist. Weißt du, was soll ich jetzt holen? Hast du den Hamburger geholt? Ja, hab ich schon. Leg die doch einfach da rein. Da rein? Wo rein? In den Koffer. Ich kann nicht rein. Du, du siehst so hässlich aus. Oh, du siehst du doch. Nein. Warte, steh mal auf. Steh mal auf. Steh mal auf. Steh mal auf. Was machst du denn da auf? Ich steh ja auf. Jungen, da. Ja, ja. Jetzt duckt dich wieder. Jungen, du siehst das aus. Wie sieht das aus? Die ist top. Zeig mal. Warte, ich drehe mich noch auf. Hä? Drehe mich wieder auf. Ja. Jetzt duckt dich. Hä? Wo ist das? Das sieht so komisch aus. Ich wäre... Okay. Aber scheiße ist drauf. Ich spiele jetzt mal. Wir zocken jetzt weiter. Aber boah, hilft. Nicht die ganze Zeit herumlaufen. Ja. Wir wollen nicht so weiter lahmen. Oder lahmen. Aber... Oh, feio. War hier, sollen wir morgen Wolfs-Battle machen? Äh, können wir machen. Oh, Wolfs-Battle machen. Leute. Ah, ich glaube, Leute. Damit ich das nicht vergiss, dann checkt noch mal meinen WhatsApp-Kanal rein. Hast du? Ja. Ah ja, ich habe es schon mal gesehen gestern. Was hier? Da. Da ist so... Leute. Okay, Leute. Wie ist das? Ananas. Juma, halt den Fritz. Was brauchen wir jetzt? Schwung, ich kick dich gleich aus dem Video. Ach, stimmt. Wart mal, Leute. Okay, Leute. Ähm. Was? Nee, 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 nee. Äh, sie hast ihn. Wie soll das denn? Ja, komm. Oh, Freak. Hast du? Da ist die rosa Stoll. Ja, Leute. Leute, Leute. Wir wollen was sagen. Bitte. Das ist ganz wichtig. Okay, wo heißt? Guck mal. In 12... Warten mal, Leute. Komm. Was denn? Das, wo wir hingehen. Das, wo wir hingehen. Ich glaube, ich glaube, so, dass... Wir werden sehen, okay? Sagen wir mal ein bisschen. Wir werden mal sehen. Also, wenn Video kommt, dann kommt Video heute. Also, wenn wir... Aber sorry, Leute. Okay, wenn das nicht spielt. Aber wir können... Doch, wir können trotzdem noch Video machen. Ja, wenn wir... Falls wir zu spät da sind, äh, dann können wir halt einfach 18 Uhr. Das ist immer so. Guck mal durch, was ich tue. Juhu, was ist denn gerade so, wie wird dieses Teil passiert? Juhu, was passiert hier? Was denn? Das ist die Ehe. Okay. Okay, brauchen wir noch was? Also, wie das ist. Ja, es ist schon kalt. Es gibt kein Ausfluss. Dicke, äh, bist du müde? Nö. Dicke, ich bin gar nicht müde. Aber wir haben gesagt, das ist so ein krankes Video. Was für krankes Video. Dass wir bis 0 Uhr, äh, äh, jetzt streamen. Hä, du wolltest, dass wir 0 Uhr ein Video machen. Ja, hä? Äh, Leute, wir haben bis 0 Uhr 52. Also, das ist so geil, das kann, aber abonniere mal den Kanal. Sonst überprüfen wir das mal. Das klappt, Juhu. Und check nicht. Check nicht, was du meinst. Oh mein Gott, Ballistik! Was ist? Oh, shit! Hast du Ballistik? Hä? So, Witty, kann ich raus? Das ist ja alle Witty, die ich gesehen habe. Weil, sollen wir jetzt fahren? Ja, warte. Machst du sauber? Ja. Juhu, wie geht das denn? Oh. Der Kandidat! Ich finde, ich habe gerade einfach FNF. Also, Witty Return. Also, wie, äh, wie heißt er? Fingy. Also, Leute, Fingy ist mein... Also, guck mal, Leute. Ich weiß, ihr habt schon mal nicht mehr bei... Äh, ich weiß, du viel, aber das bei ist, oder? Aber Leute, ich soll noch und zu sagen, Fingy macht kein Videos mehr. Ja. Wenn ich nur so mal sage. Also, wenn, dann macht er selten mit mir Videos noch. Also, abonniere noch. Also, er macht keinen Videos mehr. Aber ich noch. Und ich macht immer... Ich will immer Videos machen, aber ihr abonniert mich nicht. Deswegen. Juhu, die kennen ja noch nicht den Kanal. Was kann die dafür? Aber doch, alle. Ey, Gott, abonniert die nicht. Was? Was? Juhu, sag nicht, ich verräs den Namen. Äh, äh, RIP Luffy. Schau, ich schaff dich. Kick dich auf dem Video. Also, Leute, immer, wenn ihr immer RIP Luffy immer über seine Videos sehen wollt, aber schreibt bitte immer BAHES. Weil, bei Sarkiri, weil so geht es, oder? Ja. Weil das habe ich ja richtig gesagt. Ja, müsste man mal Sarkiri schreiben. Das ist ein, äh, alter Name, oder? Diese Motte ist so geil gemacht. Okay. Ey, Leute. Wieso, wie kann ich das Auto waschen? Ja, du musst dir... Lass einfach. Gebt nur auf iPhone. Ja. Sollen wir jetzt fahren, Liga? Freak, ich habe den Namen gesagt. Freak? Ne, scheiße. Mensch, hör dir. Okay, Leute, äh, mach die Tür auf. Wo? Ah, ja. Soll ich fahren, weil du hast schon gefahren? Weil ich fahre. Du hast schon gefahren. Du bist schlecht. Du ballest die Quarz. Ey, Tank, wir brauchen Tank, Tank. Weiß, Tank haben wir vergessen. Tank habe ich schon drin. Hast du schon? Hast du reingemacht? Komm. Okay, ich komme rein. Komm rein. Hier. Andere Seite. Hast du krass gemacht? Hier. Wo geht es dich? Was machst du? Ist es die... Ich habe ein Schild. Los, geh rein. Das geht nicht. Warte mal, Leute. Kein Wunder, wenn du nicht da auch die Gaffee aufguckst. Also, Leute, das ist mein erstes... Äh, dieses Spiel... Ich bin zum ersten Mal. Also, damit ich wundere, warum ich so schlecht spiele. Hm, ich bin so sch... Aber... Es geht mit den Tür ab. Was? Es geht nicht. Er ist gallant. Warte Leute, ich geh kurz auf meine Seite raus. Warte Leute, ich geh kurz auf meine Seite raus. Okay Leute, warte, 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 okay Leute. ok leute ja es ist vorbei wir sehen uns morgen wieder ich glaube 15 uhr vielleicht und ja okay und aber morgen haben wir glaube ich zwei videos machen einmal braunters und das die tipp ja Tschau Und dann checkt mich noch mal bei Ronaldo vor 3 Also das ist ja sie Tschau